Mein Name ist Karl-Heinz Mayer, ich bin bei ETHEN in der Bautrestribution Division in Nemea für Innovation und Programmmanagement verantwortlich. Wir sind Innovationstreiber für die Energieverteilung und suchen hier Kooperationen mit Startups. ETHEN ist über Innovation-to-Company auf der Suche nach innovativen Lösungen zum Thema Energieeffizienz und Energieverteilung im Bereich Industrie 4.0 und Internet of Things. Interessant für uns sind vor allem Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe bis hinauf zu Industriebetrieben, idealerweise als Kombination aus Hardware und Software. Wir möchten euch gegebenenfalls auf dem Weg der weltweiten Vermarktung begleiten. Wir stellen euch unser Know-how zur Verfügung. Ihr bekommt die Unterstützung aus unserem Experten-Team aus Technik, Finanz, Marketing und Vertrieb. Ihr könnt unsere technische Infrastruktur nutzen, sowie unser weltweites Produktions- und Lieferantennetz. Und zuallerletzt, der Sieger bekommt natürlich auch einen Innovationsbonus von 7000 Euro.